Hallo, hier ist Patrick von Boxbike. Ich zeige dir heute dein bei uns gekauftes Tyrell FX-FSX, wie es gefaltet wird. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war jetzt dein Tyrell FX-FSX, wie es gefaltet wird. Gönn dir ein bisschen Zeit und Ruhe, um jeden einzelnen Schritt zu lernen. Und dann wirst du auch schnell, dass Tyrell zusammenfalten können und auch schnell fahren können. Dann viel Spaß damit!